Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shadow Tactics. Ich bin jetzt wieder unterwegs Mission 4 wieder der Speedrun. Beim allerersten Mal dauert es 23,5 Minuten und ich muss es unter 20 schaffen. Ich bin fürs allererste Mal eigentlich sehr zufrieden, weil ich glaube, das kann man so lassen. Aber ich muss noch 3,5 Minuten rausholen. 3,5 Minuten sind so, keine Ahnung, diese 12, 14, 15 Fehler, die ich gemacht habe, die muss ich nicht machen, dann geht es sich vielleicht aus. Also um das schaffen zu können, wäre es sehr, sehr gut, wenn ich eben keine Fehler mehr mache. Ich weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich auch speichern. So ein bisschen vielleicht ein kleines Trick, sodass man ein richtiges Safe gemacht und wenn man es dann echt verpockt, kann man von dort aus weiterspielen. Also wenn ich jetzt zu Beginn zum Beispiel die Hälfte mal sehr gut gemacht habe, mache ich ein Safe Game und Spiel dann diese eine Hälfte ab dort auch immer weiter und immer wieder. Das glaube ich, spart mir Zeit und dann schaffe ich es. Also man hat ja gesehen, ganz unfähig bin ich nicht. Das sollte funktionieren. So, hält es ja drauf und dann kann es gleich losgehen. Okay. So, sollte ich jetzt noch mal kurz checken, ob das jetzt richtige Mikro jetzt drauf ist? Ja. Wunderbar. So, das war das letzte Mal hier, 23, 27. Jetzt wollen wir es nochmal. So, wichtig ist, dass ich jetzt hier zum Beginn, wenn es geht, keine Fehler mache, bis ich Mugen in den Tempel kriege. Mugen? Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ist es ein englisches Mugen oder Mugen? Okay. Ja, soviel zum Thema. Ich mache keine Fehler zu Beginn. Gleich dem ersten Kichner reingelaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich später zusammenschneiden werde das Video. Wenn ich es in einem schaffe, schneide ich es nicht. Aber wenn das Video jetzt 15 Minuten lang wird, bis ich es endlich schaffe, dann werde ich das Video etwas schneiden. 100 Speedruns müsst ihr nicht sehen. Du wirst auf meinem Weg sein. Für den Shogun. Oh, Gute! Hier habe ich nicht so viel Zeit. Der dreht sich immer gleich um hier. Ich werde nicht verlieren. Dann nehme ich eine andere Route. Ich werde da sein. Dann darf ich nicht machen. Ich werde nicht mehr zurück. zu gleich. Ich werde da sein. Ich werde es bei mir... Ich sehe mich hier nicht. Ich sehe mich nicht. Bitte nicht, oder? Aber ein Knall. Ja, ich würde mich nicht stärken. Eine Musik, die du schaffe nicht. Ich würde nennen. Lange die Sie das. Ich sehe mich nicht. Das ist ja nicht. Das ist natürlich schlecht, wenn ich jetzt hier gleich einen Fehler mache. So einen Fehler. Nein, das ist schlecht. Nochmal. So, okay, ich komme nicht durch. Ich komme nicht von Anfang an durch, aber ich könnte versuchen, den Typen zu töten einfach und mich in dem Busch zu verstecken. Dann habe ich später auch ein bisschen mehr Luft, glaube ich. Es wird getan. Ich werde nicht gesehen bleiben. Ein Plan in Motion. Die Musik beginnt. Das war gut, ja. So, jetzt machen wir ein normales Safe-Game jetzt mal. Okay, also man kann halt nicht einfach durchlaufen, das funktioniert nicht. Es hätte schon funktioniert, wenn ich mich etwas beeilt hätte, glaube ich hätte ich gleich außenrum weitergehen können, zumindest bis zu dem Busch. Wunderbar. Wunderbar. Wir probieren doch noch was Besseres hier. Weil es mir gar einfällt. Geht doch mal weg. Okay. Okay. No excuses. No delir. I will remain unseen. A plan. A special powder. Let dance. I must hide. okay es geht nicht es war nicht gut ich glaube es von dem einen safe game aber es funktioniert nicht warum funktioniert es nicht aber eine idee hätte ich ich kann ihn dennoch beim haupteingang reinschleuse ich nur von oben von diesem ein dach ein fläschchen schmeißen dann kriege ich überhaupt den gang versprechen überhaupt drei minuten oder so wollen nicht mehr die ganze die ganzen leute da außen rum töten ja so machen wir das wir töten sie nicht wir lenken sie nur ab so ich glaube das war gut ja das war noch besser jetzt hier das war eine gute idee weil ich kann von dahinten das war gut jetzt habe ich mir viel zeit gespart weiß ich glaube ich direkt darüber könnte vielleicht noch mehr zeit sparen wir gehen jetzt den anderen weg den wir vorher auch schon gegangen sind ja 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 Gutes! Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Ich bin jetzt bei drei Minuten. Okay, auf etwas auflockern hier. Ich weiß nicht, ich bin schon hier drin und er hat drei Minuten verbraucht. Dahinten geht es ultra schnell. Bis ich da jetzt auf der Brücke bin, das dauert noch zwei Minuten, dann bin ich auf der Brücke. Da habe ich erst fünf Minuten. Sehr gut. Bis dann ganz super. Ach komm, der war zu weit weg. Jetzt habe ich hier eine halbe Minute verbraucht. Ich bin jetzt schon mal, das ist sicher. Ich werde es nicht sehen. 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 Ich habe ihn verpasst. Ich versuche ihn zu töten. Mal sehen, ob sich das auskommt. Schneller. Sehr gut. Ich werde da sein. Diese Räume können sinnvoll sein. Ich könnte auf die unverschämteren Opponenten sein. Ich bin sicher, dass ich die Geschichte um diese besonderen Battle-Strategie höre. Haben sie die verschiedenen Bereiche der Temperatur? Was ich interessiere. 540. Oh, 540. Und ich bin schon so weit. Ich bin schon da vorne. Ich bin schon bei der Brücke. Wir haben noch 15 Minuten hier. Also ich würde sagen, die drei Minuten, die ich damals hatte, die habe ich jetzt definitiv schon eingeholt. Mit 541 bin ich super gut unterwegs. Ja, ich muss hier warten leider. Ich habe leider keinen guten Zeitpunkt erwischt hier, um über die Brücke zu gehen. Und jetzt? Komm, ich war etwas zu langsam. Ein Sekündchen. Eine Millisekunde. Und zwar... Schneller, schneller. Komm schon! Jetzt... Wie viele Drehungen waren das? Zwei Drehungen waren das, glaube ich, jetzt hier. Eins. Lauf darüber. Warum fache ich so viele Fehler hier? An der Stelle. Das ist keine schwere Stelle. Eins. Und jetzt. Boah, jetzt war ich gut. Sehr gut. Wann er wieder runterkommt, ist er tot. Sehr gut. Wann er wieder runterkommt, ist er tot. Ah, du darfst die Kurie? Was ist passiert? Ich habe dich gelegt. Oh, du würdest mich nicht bemerken. Der kommt von Sacken. Schneller. Ich gehe. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Ich darf die Sackenflasche hier nicht verlieren an der Stelle. So, läuft er direkt rein in den Busch. Nein, versteck dich erstmal. Die Musik beginnt. Ein Plan in Motion. Die Musik beginnt. Die Bälle. Ich hoffe, die Monkstern nicht mehr in Routine verändern. So. Ah, ich verhabe. Die Beine sind geschlossen. Wird es länger dauern? Wird es länger dauern? Wird es länger dauern? Ich trinke eine Sprache. Die kommen genauso zeitgleich. Beide. Ich werde jetzt den hinterherlaufen und sie töten einfach. War schlecht. Das war ultra schlecht hier. Nein. Nein. Wie viel Zeit? Wie viel Zeit? Wie viel Zeit ich hier verloren habe jetzt an der Stelle? Acht Minuten. Ich speichere über einen neuen Save Game. Wie habe ich das letztes Mal gemacht gerade? Ich war doch zuerst gerade hier. Okay. 7-0 bitte. Und was muss ich auf, oder? 2-06-06-06-09-N-noten? Als ich zur Merde abgef brethren muss, würde ich vor mal치가 können? 5- Research in dod 32-000 Murphy. Echt. so okay ich glaube das kann man lassen ich glaube das war nicht schlecht schneller schneller ja wer darfst, wie geht es? gut ok, auch nicht schlecht jetzt wie viel Zeit? 9 Minuten, ich hab noch 10 Minuten 10 Minuten für den letzten Abschnitt, geht sich das so aus? ich weiß nicht, ob sich das so ausgeht hier ok, so 10 Minuten für diese ganze Geschichte da hinten jetzt, also nochmal überlegen ich muss zuerst rüber über die Brücke, den töten, runter, den töten nein, den töten, dann die Brücke töten, dann den da hinten töten und dann beide töten, die da herumlaufen und zwar genau in der Reihenfolge nach der Reihe also die Idee ist zuerst den da dann den da dann die zwei ok, jetzt kommt jetzt kommt der Zyklus hier ob ich alles auf einmal schaffe, ich weiß es nicht wir haben noch 9 Minuten Zeit was tut sie denn? hab ich gespeichert? was tut sie denn? das ist und jetzt ist die Frage nein, darüber laufen die nächsten noch töten wär sich nicht mehr ausgegangen we are doing what we can I will be silent I will be there Was ist das? so ach so jetzt kommt die szene mit ihnen zwei haben wir noch das geht sich aus hier sollte sich ausgehen ich hoffe ich habe sie sich zu kurz geschmissen sehr gut sehr gut ja das geht sich sogar locker aus hier ich bin super schnell gleich dass meine leute zwölf minuten ich habe so gut wie geschafft muss ich mir den typen hier töten oben das ist ein speedrun ultras bieten in zwölf minuten und geschafft 12 minuten und und ist einfach eine zeit 13 minuten 12 und ich habe auch fehler gemacht dazu sagen hier 13 minuten 12 spiel gemacht hier schon 4 jack alles erledigt hier habe ich gespielt es wird ein kurzes video nur 21 minuten für alle leute die den spiel mal sehen wollen so läuft das bieter in der mission ich glaube eine ganz wichtige stelle war dass ich damals den tempel betreten habe dass ich ihn direkt überhaupt den gang betreten habe ich mir jetzt gekommen während dem spiel das war gut das war sehr sehr gut sogar und der rest einfach daran der mauer entlang und dann nur so vorbeischleichen ich an alle nur so wenig wie möglich töten das ging dann eigentlich relativ schnell hätte ich die fehler bei der brücke nicht gemacht ich glaube man kann die mission sogar in zehn minuten machen ja wichtig ist es geschafft habe so mission geschafft haben wir ja schon hier vier missionen alle erfolge sind noch viele aber vier habe ich schon was wäre denn hier bei lord diabus nächste art das ist lord yahoo es gibt es hier darunter hinter der worte waren das wäre wohl zusammenbringen ohne durchs wasser zu gehen kill dort die abo vv sind poison unter kumas reifen es gibt eine mission da muss ich den weder die ich weiß nicht ob ihr die hauptreihe gesehen habt von dem spiel das habe ich ja schon mal gemacht da gibt es nämlich die den auftragstil dass meine typen tötet mit gift oder mit dass man ihn vom turm aus abschießt die missionen unter 15 minuten kill all enemies inside the estate alle töten ok ich glaube ich werde das so machen dass da und dass da und dass da und dass da alle zusammen und dann mache ich noch einmal hier takumas rifle benutzen weil die kann man nicht miteinander machen also ja ja und dann den speedrun also noch zwei drei videos wird es geben zum nächsten aber nicht heute wunderbar ja speedrun geschafft ich hätte ehrlich gesagt ich hätte gedacht dass wir das viel viel knapper hat sich dann super entwickelt da unten man muss das nur in der reihenfolge machen dort hinten und dann geht das eigentlich relativ zack ja danke fürs zuschauen ich hoffe es war für euch genauso spannend wie für mich bei mir ist immer noch ein bisschen endorphine hier ja wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt let's play shadow tactics oder eine andere spielerei würde mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert wenn euch die videos gefallen die ich mache oder einfach wieder einschaltet wenn ich wieder hier online bin live ich weiß übrigens live auf dem punkt youtube.com also sie ist nichts aufgezeichnete ist schon aufgezeichnet aber es war live hier und wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal euer wingman